So was es gab Leute, willkommen sogar in den Kommentaren, ja im Hintergrund seht ihr ein richtig geiles Gameplay meine Freunde, ein MB2 Gameplay immer wieder, ja wie der MB2 natürlich bestes Spiel ever, eine Nuke, eine 90 Sekunden Nuke mit den 100 Plus Fail, also eigentlich Double, Triple Nuke Fail, ich hatte irgendwie 4 Mann Harry oder so, ich hab so ein bisschen zusammengeschnitten, dass das halt ein bisschen nicht so lang wird, ich glaube hat 9 Minuten das Gameplay gedauert, halt 91 zu irgendwas, so 17 oder so hab ich gespielt und die Gegner haben richtig abgefuckt, ja auf Terminal habe ich ja spät, die Map mache ich eigentlich gar nicht, ich finde die Map einfach so schwul eigentlich, keine Ahnung, Terminal ist irgendwie so eine Map, die ich, keine Ahnung, manchmal geht es die, manchmal nicht, weil wenn du eine gute Lobby hast, geht die Map immer, die Map ist dann echt gut, wenn eine gute Lobby kommt, aber wenn die Lobby scheiße ist und die alles snipen, alle kacken, alle chum und alles machen, und die Lobby war echt gut, ich fuhr zwar auch paar Mal weggejubt, aber kann man nichts machen, wenn wir zwei wird man das weggejubt, brauche ich mich auch gar nicht mehr auf, wenn mich wer weggejubt oder so, ich hab mit der Farmers gespielt, mit Schalldämpfer, ja mit Schalldämpfer, ja mit Schalldämpfer, ich hab glaube ich mit Kinderfähigkeit, Feuerkraft Niener gespielt, ich glaube ich hab so gespielt, und ja, 90 Sekunden Nuke eine gemacht, sonst bin ich immer, nach dem Harry immer gestorben, weil, einmal, also am Anfang habe ich jetzt die AC hingeschnitten, weil, ähm, ich bin gestorben bei der AC, weil irgend so ein Teammate nicht mit der AC umgehen kann, und deswegen hat er eine mit, und versperrt den Luftraum, ey, ohne Scheiß, versperrt einfach den Luftraum, wenn ich eine AC hab, und er macht glaube ich vier Kills mit seiner AC, also ich hab glaube ich 15, 16 mit meiner ersten AC gemacht, aber ja, ja, ich stehe das selber nicht, die Jungs sehr, ganz ehrlich, man, ey, alle, hat er eine AC mit und kann damit nicht mehr umgehen, ganz ehrlich, das ist, meine Fresse, meine Fresse, ey, und dann versperrt er den Luftraum, ähm, es ist egal, die zweite AC ist auch richtig gut abgegangen, Leute, richtig gut abgegangen, ähm, also ich hab glaube ich ein siebenfach einmal gemacht, oder ein achtfach, also sollte, aber kommen wir jetzt mal zur Sache hier, danke, dass ihr mir 300 Abos gegeben habt, ähm, Leute, echt geile Sache, die habe ich lang gebraucht für 300 Abos, aber kann man nichts machen, ich werde ja von keinem gepusht, oder so, ich werde nichts von keinem gepusht, also ich habe fast nirgendwo ein Video hochgeladen, glaube ich, ähm, ich war mal bei Killer Christ dabei, oder so, hat er mich verlinkt, aber Abos hat es auch nicht gebracht, ich habe 1, 2, oder so, ähm, ja, ich, ey, Leute, finde ich echt cool von euch, aber weiter so, Leute, weiter so, noch mehr, ach, was müssen kommen, ne, Spaß, Leute, halt, ja, ein bisschen mehr wäre auch schön, aber 300 reicht mir auch, ich werde eh nur zum Spaß hoch, und, ähm, ja, ich, Leute, thanks, Leute, thanks, ja, also, okay, keine Ahnung, was das auch wieder labert, aber, und ja, Leute, ich werde jetzt noch mehr Videos bringen, also, ich werde jetzt probieren, jeden zweiten Tag, oder jeden Tag, mal schauen, wie es sich ergibt, ein Video zu lernen, weil ich habe so viele Gameplays, man, da kackst du dich an, so viele Gameplays einfach, das gibt's einfach nicht, man, ey, das ist echt schlimm, und, yo, Leute, ich hoffe, euch hat das Kommentary gefallen, jetzt werde ich mit Musik hinterlegen, und, dann, bis zum nächsten Mal, weiter empfehlen, abonnieren, kommentieren, und, scheiß, und, yo, tschauen, Leute, mit Musik hinterlegen, Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020